Willkommen zurück zur Landwirtschafts-Morale 2013. So, die beiden Lapsfelder sind jetzt fertig. Jetzt kann die Ernte beginnen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, ich habe mir gerade umgezogen. Um 10.20 Uhr den Landwirtschafts-Morale 2017 gekauft. Den installiere ich nachher noch. Mal gucken wie der ist. Mal gucken. 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 Bei 11 sind das die Deutz-Taktoren, die man da sieht, bei 2013 ist es ein Glas-Glas-Glas-Glas oder ich weiß nicht wie man das ausspricht, Glas glaube ich, und bei 17 ist es Deutz-Glas und bei 15 war es glaube ich so ein neuer, so ein holländischer blauer Taktor, als ich gar nicht habe ich gesagt, dass die nicht in der Nähe liegen, um da mal drauf zu gucken, aber ich glaube schon, dass da so ein Holländer drauf war. Jetzt können wir damit ja auch nicht pissen. Oh, ah ja. 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 So wie kommt hier ein Ei drauf? Das habe ich mich und Nils schon immer gefragt. Wenn die Hühner da ein Ei drauflegen können, was hindert sie denn hier auf dem Hof rumzulaufen? Eigentlich gar nichts, glaube ich. Sind wir noch im Ei. So. Nee, ist das garantiert nicht irgendwo. Mhm. Der Fido war viel mehr Raps. Scheiße. Die 88.000 kriege ich hier auf keinen Fall zusammen. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020